Um unseren Einsatz im Flussteil zu starten, müssen wir erstmal dieses Plateau erreichen. Sondendaten senden. Hier gibt es einige Bauaktivitäten. Der MFS wird sich das ansehen, wenn Sie das Gebiet geräumt haben. Diese Kasernenanlage ist Op.Able. Wir rechnen mit einigem an Bergegut. Direkt hinter diesem See liegt die Hauptbedrohung dieses Gebiets. Dies ist eine schwere Raketenplattform. Genau da, wo wir hin müssen. Zurück zum Überblick. Einsatzziel Able, Einsatzziel Baker. Die Reichweite der Raketenplattform geht weit über das Kasernengebiet hinaus. Die Terrainanalyse hat in der Deckung im Süden eine Schwachstelle entdeckt. Rechnen Sie mit mäßigem MEK-Widerstand, besonders an den Zugangsrouten zur Raketenplattform. Reaktor online, Sensoren online, Waffen online, alle Systeme nominell. Die Jagdkamerad. Die Jagdkamerad. Erdkamerad. Die Kärzschmelze steht unmittelbar bevor. Abschaltung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Einheit gesichtet! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Abschaltung WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Abschaltung WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Abschaltung WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Laut Berichten gibt es mindestens noch eine feindliche Einheit im Gebiet. Alarmiert den Sternkörnel. Projekte an der Südküste sind gefährdet. Nachschwahl steht unmittelbar bevor. Abscheiden. Obfunkt Baker erreicht. Abscheiden. 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 Einsatz erfolgreich. Gute Arbeit, Lanzenführer. Wir haben ein paar demontierte Sturmlaser der Kriegsschiffklasse auf diesem Baugelände gefunden. Schade, dass wir sie nicht gebrauchen können. Überlebende von Damocles II haben sich gemeldet. Sie greifen den Wasserwerkstamm im Operationsgebiet II an. Außerdem hat Captain Taylor die Eclipse weit nördlich von uns runtergebracht. Sie versuchen durchzubrechen, einen Rendezvousplatz zu finden und uns rauszuholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017